Und herzlich willkommen zurück bei ARK Survival Evolved und ihr könnt ihn hier in der Dunkelheit gerade so erahnen, The Danger. Hallöchen, in der Dunkelheit, ja. Warum hast du eigentlich keinen Namen mehr über dem Kopf? Habe ich das irgendwie aus Versehen ausgeschaltet? Habe ich den Admin-Stern noch auf dem Kopf? Ja, ich sehe ja nicht mal meinen Namen oben drüber, das ist es ja. Ja, ich sehe deinen auch nicht. Deswegen, entweder haben sie es abgeschaltet oder ich habe keine Ahnung. Aber naja, ich wollte eine Runde Stein fahren gehen. Ja, ich glaube, da komme ich mit, im Dunkeln ist jetzt eh nichts anderes los. Ach komm, dann gehen wir zu Fuß, obwohl zu Fuß ist das. Ja, ich mache das immer hier, wobei eigentlich, wenn du mit deinem Anki gehst und ich gehe hier zu Fuß nebenbei noch. Na gut, der Anki ist aber bei Stein auch ziemlich schnell voll. Ist ja die Problematik. Eigentlich müssten wir gucken, dass wir irgend so einen großen Transport-Dino haben. Wollen wir uns nicht so ein fangen, wie wir es schon mal hatten? Oder Tame, besser gesagt. Warte mal, apropos Transport. Ne, für den haben wir noch gar keinen Sattel. Für unseren ganz großen hier. Der kann bestimmt genug schleppen. Ach richtig, was fehlte denn da für den Sattel noch? Ich glaube, Erfahrungspunkte. Och ne. Wir hatten mal so viele, ne? Na ja. Mal gucken, wie heißt er hier eigentlich. Eine Möglichkeit wäre dann vielleicht wirklich mal eine Höhle aufzusuchen. Para irgendwas. Ja, das hatten wir ja auch mal vor mit unseren zwei... Na, wie heißen sie? Megalodon? War das richtig? Ne, ich meine, es gibt doch auch Höhlen an Land, ne? Boah, keine Ahnung. Aber wo sind die da? Wo wollte ich denn jetzt hin? Achso, mein bisschen schneller. Eigentlich habe ich keinen Bock, wieder die Haie zu verlieren. Och, aber Steine hatten wir doch auch noch genug. Hatten wir. Oh, okay. Aber du könntest dich ja an Metal machen. Dann hole ich hier noch so ein paar Steine. Weil Metal ist, glaube ich, da kann man immer was gebrauchen. Okay, dann gehe ich halt in die Richtung. Obwohl, Metal haben wir auch noch knapp 80 in... Also, fertiges Metal, ne? Oh, machst du jetzt mal die Tür auf? Danke. I'm singing in the dark. Ja, wollte gerade sagen, es regnet doch gar nicht und dann kommt Dark. Oh, wo will ich denn hin? So, jetzt sagen wir nicht, die haben die Häufigkeit dieser Steine runtergepatcht. Ich finde gerade keine. Und was brummst du mich an? Immer diese wilden Triceratopser. Hast du mal geguckt, ob die wieder ein Level-Up haben hier? Die beiden? Nee, hatte ich letzte Folge schon. Das war... Der Einzige, der ein Level-Up hatte, war, glaube ich, der Raptor. Raptor! Da drüben zum Beispiel. Wenn wir uns... Wie heißt der denn gleich? Nochmal. Ja, diese schönen, runden Steine. Ich glaube, die können viel schleppen. Äh. Zeigt er hier die Namen nicht an? Du weißt schon, hier, die mit den ganz vielen Hörnern vorne. Da haben wir auch noch keinen. Da hatten wir doch mal einen. Ja, genau, genau. So ein Lasten-Esel war der jetzt, glaube ich, auch nicht. Nee, gut. Dann lassen wir es. Ich glaube, da bräuchte man, wenn wir wirklich mal so einen ganz großen, so wie wir da stehen haben, aber da fehlt halt leider noch was für, ne? Ja, komm schon. Entweder nehme ich die falsche Waffe. Oder es lag einfach da dran, dass ich wirklich ein Angeheber verbrauchte. Irgendwie bräuchten wir hier noch eine Außenbeleuchtung. Das könnte ich eigentlich mal gucken, ne? Ich wollte gerade sagen, willst du etwa wieder Steine, äh, Steine. Nee, ich glaube, ich nehme an die, das ist, glaube ich, einfacher. Willst du wieder Kabel legen? Nö, brauche ich ja gar nicht. Die gehen ja eh durch drei Etagen, die Stecker. Ja, versuch, mach klug. Da stelle ich hier oben eine draußen hin und dann wird unser Hof schön beleuchtet. Die Sonne blendet, ich glaube es ja gar nicht. Vor allem hier der Eingang direkt vorne, ne? Das sieht aus, wie er es nen Kellereingang, weil er so unten in ner Kuhle drin ist, im Boden. Jo, mit ner Axt auf den Dodo eingeschlagen, tot. Sag mal, was brauchte man denn? Ich muss mal gucken, ob ich das überhaupt craften kann, diese Lampe. Ah, warte mal, wir haben bestimmt nur eine. Fischst du dir da sicher? Es wird dark, es wird dark. Hm, oder doch nicht. Kabel sind noch so ein paar hier drin. Weil, hier liegen ja auch noch Steine. Aber völlig in der falschen Kiste. Juhu. So. Hier mal wieder ein bisschen Holz mal. Ist sogar noch ein Speer drin. So, das geht ja wahrscheinlich elektrik nur hier am... Ah, halt. Ich brauch Holz für unseren Grill. Am Fabrikator. Genau, oder... Ja, Fabrikator, ne? Hm. Oh, toll, hänge ich jetzt hier einster fest? Ja, jetzt geht's. So. Ach, da muss es noch ein höheres Tor geben. Jetzt muss das BMOV sein. Hä? Kann ja nicht angehen. Habe ich wieder ausgemacht. So. Hier, ich guck mal, ob ich das craften kann. Wie hieß denn die? Die. Warte, die steckt aus? Ne, die, die Lampe. Boah, fragst du mich das gerade wirklich? Ich glaube, die kann ich gar nicht machen. Warte, ich komm zurück. Ich guck mal eben, wie die heißt. Monkey, bleib mal stehen. Hatten wir hier unten schon gar keine mehr stehen, weil die bis durchreicht. Lamppost. Ich muss ja dazu sagen, das Geräuschhof, solltet ihr es hören. Das ist meine Grafikkarte, die gerade am Ackern ist wie eine Beklopfte. Strom haben wir nämlich noch genug. Haben wir noch Benzin? Ja, das reicht noch ewig und lang. So. Ähm, risk. Kann ich die nicht machen. Wenn du die machen kannst. Ich guck mal, Structures. Hätte ich gern zwei Stück dafür. Achso, da stehst du, dann würde ich eine. Lamppost. Genau. Ne, äh, warte mal, für die Wand oder mit so einem? Mit so, ne, so zum Stehen. Lamppost. Wie viel willst du denn haben? Zwei Stück. Gibt's da auch für die Wand, ist ja nice. Ach, hier haben wir auch noch zweimal, äh, 61 Benzin drin, das ist ja cool. So, liegen drin. Okay. Im Fabrikator. Ja, hab ich grad mal gucken, ich könnte mal, wo haben wir eigentlich das Ding zum Wasser auffüllen? Hier hinten, ah, gefunden. Ähm, jo. So, warum komm ich hier jetzt nicht dran? Hatten wir nicht nochmal so rein? Das sind ja jetzt aber andere, als die wir drinstehen haben, witzigerweise. Weil drin haben wir die Omni-Direction, ne, drinstehen. Ah, ja, das wären die, wo ich, äh, gesagt hab, das wären die an der Wand. Weil die hatten, weil bei den anderen war auf dem Bild jetzt so ein kompletter Stab, ne? Ja, ja, deswegen. Hm. Warte, ich komm gleich mal gucken. Ja, ich setz dich erstmal da oben hin. Kletter doch da hoch. Jetzt, ne, jetzt nicht. Aber, um mal ein ganz anderes Thema anzusprechen, könntest du dich hinreißen zu einem 24-Stunden-Livestream? 24 Stunden, im Prinzip, ja. Also, ich hab auch schon manchmal überlegt, könnte man ja mal machen. Aber, was kommt drauf an, was spielt man dann, ne, und so, das... Ja, weil mein anderer Mitspieler, ne, der Troplay, der hat aus Spaß, weil mir, weil ihr einer gemeint hat, ach, setzt das einfach mal als Spendenziel rein, macht eh keiner, ne? Ja, dann ging's ab. Ja, ja, die 150 Euro waren sauschnell erreicht und jetzt hat er, äh, Dings, einen schönen 24-Stunden-Livestream an der Backe. So, warte mal, wo bist du eigentlich mit dein Lämpchen? Ja, hier oben auf dem... Ja, obbe. Ja. Ja. Auf Deutsch gesagt. Ich weiß jetzt gar nicht. Fühle dich gegrüßt. Nein, sie hört dich nicht. So, wie komm ich denn hier nochmal... Hä? Ich will keinen Pin setzen, ja. Ach, hier ist der Balkon. Wie macht man die bitte an und aus? Ähm. Da steht nur Set-Pin-Code und... Ich dachte mal, was steht denn bei der anderen hier? Ich glaub, da haben wir die falsche hingesetzt. Warte mal, die ist unpowered, seh ich gerade. Die hat keine Saft. Ach so, liegt es echt daran? No, nein. Wo gehen denn hier die Leitungen lang? Stimmt. Da leuchtet nichts gelb. Doch, hier kommt aber ein Kabel an, hier unten. Aber wie gesagt, kannst gucken, da steht unpowered. Oh, Leiter. Ich will die Leiter runter. Lass mich doch die Leiter... Wo hatte ich denn das andere Kabel? Das war irgendwo hier bei dir. Ich geh mal da oben dran. Ach so, warte, stimmt. Guck mal, das Kabel da hinten ist schwarz. Anstatt gelb. Wirklich kein Saft. Da muss ich mal gucken, woran das liegt da unten. Ach, das ist das hier hinten. Ja, ich seh's grad. Oh, jetzt seh ich nicht. Ja, ja, ich seh's auch. Warum? Ja. Komm mal ins Erdgeschoss, dann siehst du es. Ganz einfache Kiste. Hab ich da irgendwo noch einen vergessen? Ja. Da kommt das nämlich an. An die Steckdose hast du angeschlossen. Lol. Aber liegt daran, dass ich da mal das Dings weggerissen hab. Nach dem Motto brauche ich grad eh nicht. Ich reiß mal ein bisschen Boden weg. Ah, hier haben wir schon das nächste Kabel. Konntest du Kabel bauen oder soll ich noch welche machen? Also ich hab noch paar Kabel da sogar. Musst nur gucken, ob das die sind, die wir benötigen. Straight und das da oben ist, glaub ich... Keine Ahnung. Also hier unten, was sind das? Das sind die Electric Cable Straight. Und ich hab vertikal. Das müsste vertikal sein da oben. So, jetzt fehlt mir noch ein Straight. Das müsstest du mal bauen, wenn du kannst. Ein Straight? Ja. Ich glaub, die konnte ich nicht setzen. So, dann nehmen wir aber in der Zeit mal hier die andere Lampe. Elections, electrical. Oh, ich hab schon wieder Hunger. Straight. Da haben wir sogar noch alle Ressourcen für. Sogar genug Ressourcen. Braucht man dafür. Ach, da braucht man ja nur Metal für. Brauchst du sonst noch was? Sonst eigentlich nicht, nö. Ich komme. Oder was? Ich setz das Ding einfach. Ja. Warum schwer, wenn es dir noch einfach geht? Hier steht auch unpowered drauf. So. Jetzt müsst ihr da oben eigentlich Saft haben. Ich gucke mal. No, powered. So, jetzt haben wir das Problem, dass hier hinten der ja noch unpowered ist. Wenn ich jetzt auf die andere Seite gesetzt habe. Ich gucke mal, warum. Weil eigentlich das Kabel... Ach so, weil da habe ich keine Steckdose dran an dem Kabel in deinem Zimmer. Haben wir noch eine Steckdose? Ich gucke mal. Ne, eine Steckdose bräuchten wir dann noch. Ich glaube, die kann ich sogar selber bauen. Ach, ich bin doch schon dabei. Elektrik. Wollen wir mal gucken. Ne, da fehlt uns... Oh, da fehlen uns Electronics für. Aber Electronics, haben wir die Ressourcen drin? Das überlege ich gerade. Ich muss gerade mal gucken. Ich lasse dich mal machen, dass wir jetzt parallel zu viel verbraten. Ne, passt schon. Electronics hier haben wir sogar noch alles da. Ich mache mal ein paar. Tractures, electrical... Und electrical outlet. Ach, verdammt. Oh, der ist schon wieder Level up hier. So, soll ich sie drin lassen oder soll ich sie setzen? Kannst du auch selber setzen. Bei dir im Zimmer obendrauf. Obendrauf? Okay. Jolly Jumper. Quack. Quack. So, warte mal. Mein Zimmer war das hintere. Ach, sogar mit... Der hatte schon wieder ein Level up da, ne? Der Tyrandodon. Ich habe ein Nabenschild. Ich glaube es ja gar nicht. Oh, die Frösche auch. Zack. Ey. So, irgendwas hat er jetzt angeschlossen auch direkt. Also dürfte das da oben jetzt auch Saft haben. Ich gucke mal. Hast du angemacht auch? Ich renne gerade hoch. Der hier lief. Ja, der ist an hier vorne zu. Ja, jetzt. Schön. Da haben wir direkt Licht vor den Toren. Naja, vor den Toren nicht, aber wenigstens mal hier im Hof. Ja, auf die Tore meinte ich ja auch. Nein, theoretisch müsste ich noch eine bauen, dass die dann so in die Richtung zeigt. Na, ich baue nochmal ein. Meinst du jetzt hier in die Ecke noch rein oder wo? Nee, da, wo da unser Pferd steht. Ach ja, genau. Stimmt, da könnten wir auch noch ihn hinsetzen. Ja. Müsst ihr ja eigentlich hinhauen. Was denn? Ja. Du hast nichts gesehen, aber wie es weitergeht, seht ihr in der nächsten Folge. Und ich sage wie immer, danke fürs Einschalten. Gehabt euch wohl. Und tschüss. Haut drin, bis dahin. Tschüss.